Weihnachtszeit in Berlin. Am Rande eines Workshops mit meinen Coaching-Thernehmern nutzte ich diese kalte, aber auch sehr entspannte Zeit, um selbst ein paar Gespräche mit hübschen Frauen zu führen. Nachdem einige meiner Kunden in den letzten Tagen schon viele attraktive Frauen kennenlernen durften, zeige ich dir heute, wie du locker und natürlich auf fremde Frauen zugehen kannst. Die Zimmer sind voll hier. Verrückt. Und du auch nicht, oder? Ja, ich bin ab und zu früher hier gewesen, weil ich dann hier geboren bin, aber ich versuche, den Norden zu meiden. Okay. Ich weiß nicht, so in Wien, wo ich herkomme, das ist alles so ein bisschen entspannter, weitläufiger. Die Österreicher bleiben zu Hause, so, ne? Geschenke kaufen, Glühwein saufen. Nee, ich gehe gleich direkt zum Bad aufruh. Okay. Ja. Ich habe eine ausländische Karte, ich muss jetzt generell immer schauen, dass ich überall mit Karte bezahle. Weil, ich bin in meiner Öst. Ja, ich war vor zwei Monaten in Schweden, da gibt es gar kein Bargeld mehr. Die haben alles abgeschafft. Selbst die Obdachlosenrennen mit Kartenlesengeräten, aber nein, war nicht. Hier ist entspannter, ne? Ein bisschen. Ja. Da schlafe ich. Da bin ich schon besoffen. Ja, ich war früher Leistungssportler, deswegen, was hast du gemacht? Leicht. Okay. Ja, ich war in Jena. So. Wir hatten auch Leichtathleten da. Der eine ist jetzt auch relativ bekannt geworden, der Sperrwerfer. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, hätte ich gesagt. Ich weiß nur, ich weiß nur, dass der Olympia Gold war. Ja, der hat es gewonnen hat. Der weiße Kupfer. Der müsste 93er Jahrgang sein, glaube ich. Oder so. Aber das Schöne ist, dass man diese Mentalität mitnimmt. In die anderen Lebensbereiche, für die Arbeit. Und man hat halt einfach mehr Energie, man hat mehr Drive. Ja, ja, richtig. Diese Disziplin einfach. Wir aus dem Osten, ne? Ja, ich red hier irgendwo auf den Daten auf jeden Fall. Ja, cool, aber wenn du Bock hast. Ich weiß, ne? Wir können ja in Kontakt bleiben. Wenn du Bock hast. Können wir machen. Also ihr seid hier jetzt, ja? Ich weiß noch nicht genau, ob wir hierbleiben. Weil ich wollte mit ihm auch nochmal zum Alex gehen. Vorher nochmal was essen. Sonst schlägt es ein bisschen zu sehr drauf, glaube ich. Wir sind jetzt hier erstmal in den Spiegel entziehen. Und dann gehen wir nochmal zum Internet. Und dann, die Straße drücken. Okay. Ja. Ja, ich werde hier auf den warten. Hast du Instagram oder so? Weil ich habe kein WhatsApp auf meinem Handy. Wer den natürlichen Flirt im Alltag beherrscht, wird immer und überall neue Frauen kennenlernen. Und das Beste ist, dass es klare Abläufe sind, die jedermann da draußen lernen kann. Fluffy. Fluffy. Fluffy Coat. Fluffy Mantel. Ich bin sehr viel in Osteuropa, die haben alle solche Fluffy Mantel an, weißt du? Ich bin sehr oft in Osteuropa. Und sie lieben diese Fluffy Coat. Also, ich denke, dass du aus Osteuropa bist. Nein, das ist mein erstes Mal hier. Wo bist du aus? Ich bin von Brasilien. Brasilien? Ja. Oh, wirklich? Ich habe ein paar Freunde aus Kolumbien. Die lieben zu danceen mit ihren Beinen. Right? Nein, ich bin nicht mehr. Was ist der Name dieser Dance? Das typische Süß-Amerikanische Dance? Was ist der Name der Barschattel? Was ist der Name der Barschattel? Amerikanische Dance? Süß-Amerikanische Dance. Ja. Oder Funk? Ich denke, es ist Barschattel. Ja. Ich bin Deutsch. Ja. Aber ich live in Viener, Austria. Ja. Und du magst es? Ja. Ich liebe dich hier. Ich habe nie gesehen, das erste Mal gesehen. Wirklich? Wirklich. Ja, ja, ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Ja, wirkte. Ja. Wifel? Ja. Ich bin hier hin, ja, ja? Ja. Ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen. Ja. Ansonsten, wir werden sie hier sind. Weil ich hier bin. Die beste Menschen sind. Also, du bist hier mit deinen frienden oder? Du bist hier mit deinen Freunden? Ja. Ich habe meine Freunde hier. Deine Freunde? Ja. Meine Freunde leben hier. Oh, sie leben hier in Berlin. Ja. Das ist weil du hier gekommen bist. Nein, das heißt sie. Ich bin ein bisschen rumschwitzig, das passt schon. Tipptopp, danke, gell? Danke auch. Du hast nichts verstanden, ne? Cheers. Cheers. Es ist zu heiß. Du musst ein bisschen warten. Was ist ihr Name? Henry. 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 What's your name? Hafi. 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 Sounds better, it's your nickname. Hafi. What is your work? I don't have a work, I am so... You're worthless. Watching TV the whole day. I am holiday, you stay here. Ah, si. Studied me. You speak Spanish? Despacito. 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 Yeah. Okay. Yeah, not more. You know Calimero. 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 It's Spanish. Okay, I don't know. It's like a duck with an eggshell on the head. You look like. I'll show you. Wait. I'll show you on my phone. This is Calimero. No. I don't know Calimero. It's Spanish. I don't know Calimero. And look, you look exactly the same. Ah, okay. See? Same? Yes. This is Calimero. No. Sure. I like Calimero. You send your phone for me. Your number. My number? Yeah. You want my number? Yeah. Okay. You have a good body. Ah. Ah, yeah. I need bigger. I need to eat more. I need to train more. It's your apartment in Sao Paulo. Yes. Yes. You have a pool there. This is a good restaurant in Brazil. Oops. I also have some boobs. So, you will meet with your friends? Or what will you do? Now? No. I am alone now. I go to my hotel. What's your plan for evening today? I don't have plans. So, you can plan something together? Maybe. I think. I'm German. I think about. I'm German. We say even it's a hell yes. Or it's a no. We don't have maybe. I think. I got a bar or... It's cute. It's cute. So, where else do you have tattoos? Here at the back? No, I don't. Yeah. What? No. Huh? Boops. Or the arms. I like piercings. Piercings. Yeah. So, you have piercings. Here. The boobs. Maybe. No. I have. I have. I have here. You have? Yeah. I know you have. This evening. 18. 18, 19. We go to a bar. Eat something. Drink something. I understand eat, okay? Of course, of course. You like to eat. You send a message for me. Maybe. 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 Naughty. Naughty, naughty, naughty. Okay. So. I will write you, okay? Okay. Give me a hug. See you later. See you later. Die Fähigkeit immer und überall auf Frauen zuzugehen, die dir gefallen, wird dir unzählige Dates mit sehr attraktiven Frauen bescheren. Wenn du die klaren Abläufe hinter dem perfekten Flirt im Alltag lernen möchtest, dann melde dich bei mir. Ich bringe dir alles, was du können musst, gerne bei. Bye. Bye g Bis zum nächsten Mal.